Das deutsche Wort Diamantweg ist eine Lehnübertragung des Sanskrit-Begriffes Vajrayana. Der Begriff Diamantweg wird im deutschsprachigen Raum hauptsächlich für die von Ole Nödal gegründeten Diamantweg-Zentren verwendet, deren Lehrpräsentation als Diamantweg-Buddhismus bezeichnet wird. Die Zentren in Deutschland werden regelmäßig von etwa 20.000 Menschen besucht, damit ist der Diamantweg die größte buddhistische Gemeinschaft Deutschlands. Die anderen Schulen des tibetischen Buddhismus, die zum Vajrayana gehören, verwenden eher den Sanskrit-Begriff Vajrayana oder die Begriffe Feirerfahrzeug, Diamantfahrzeug, Organisation der Diamantweg-Zentren. Die Diamantweg-Zentren sind in Deutschland im buddhistischen Dachverband Diamantweg, in Österreich im Verbund Kamakakü Diamantweg, in der Schweiz im Verbund Kamakakü Linie Schweiz zusammengeschlossen. Der österreichische Verbund ist ein Mitglied der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft. Der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft des Buddhismus in Österreich, die Diamantweg-Zentren Ole Nödalts. Die Diamantweg-Zentren beziehen sich auf den 16. Kamakakakü Linie des tibetischen Buddhismus. Sie betrachten Tai-Dorje als den 17. Kamakakakar. Weltweit gehören diesem Verbund ca. 641 Zentren und Gruppen an, davon rund 150 in Deutschland. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Diamantweg-Zentren zu verbinden zusammengeschlossen, welche in den jeweiligen Dachorganisationen aller buddhistischen Gemeinschaften Mitglied sind. Wichtige Lehrer, die Übertragungen und Einweihungen in den Diamantweg-Zentren geben, sind unter anderem Tai-Dorje, Künzig-Shamar-Rin-Poche, Jigmeh-Rin-Poche, Sherib-Gü-Alzen-Rin-Poche und Ole Nödal. Früher wurden Lehren auch vom Druk-Palamalopön-Zech-Rin-Poche gegeben. Im Jahr 2007 wurde durch den Kauf eines Gutshofes in Immenstadt die Gründung des sogenannten Europa-Zentrums möglich. Dieses hat eine internationale Ausrichtung und gehört der Buddhismusstiftung Diamantweg. Anspruch und Lehre der Diamantweg-Zentren Die Zentren des Diamantwegs richten sich an Menschen aus dem westlichen Kulturkreis. In den Zentren praktizieren ausschließlich Laien. Die buddhistische Lehre wird nach eigenen Angaben in einer, für den Westen besonders geeigneten Form übertragen. Dies beinhaltet den weitestmöglichen Einsatz der jeweiligen Landessprache und die Integration weiterer Lebensbereiche. Inhaltlich betont wird in den Belehrungen der Diamantweg-Zentren auch die Bedeutung des Guru-Yogas und die Identifikation mit dem Lehrer. Die Hauptpraxis in den Diamantweg-Zentren ist die Meditation auf den 16. Karmapaar. Neben der formalen Praxis spielt die Umsetzung der reinen Sicht im Alltag eine entscheidende Rolle. Diamantweg-Lehrer Punkt 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 Punkt